Hi, schön, dass du da bist zu deinem Yoga-Flow Nummer 2 in der Starter-Challenge. Unser Abend machen wir heute wirklich einen Yoga-Flow. Wir fangen ganz langsam an und machen Basis-Übungen. Aber Stück für Stück wirst du warten, dass du herausgefordert wirst. Aber dir fällt es vielleicht gar nicht so stark auf, wie wir sehen. Du kommst einmal hinunter in den Vierfücherschrank. Einmal ablassen auf deine Matte. Die Knie unter deiner Hüfte, die Hände unter deiner Schulter. Da erben wir uns einmal über die Hände, die Finger fest am Boden. Die Schulterblätter aktiv, die Wirbelsäule lang und gerade. Und dann verbinden wir doch direkt Atem und Bewegung heute miteinander. Und wir atmen ein. Und mit dem Ausatmen ziehen wir den Nabel ein. Während von der Rentenwirbelsäule an den Rund gehen in eine runde Katzenbucke zieht. Die Nabel nach innen bringen, die Ohren zwischen die Augen. Einatmen, den Blick nach vorne in einem Ferdelrücken oder Kuhrücken. Die Brust dazwischen durchschwingen. Nabel zum Boden, Blick nach vorne. Ausatmen, Katzenbucke, runde Wirbelsäule, Nabel einziehen. Einatmen, Blick nach vorne. Achtung mit der Halswirbelsäule. Beginn in die Lendenwirbelsäule. Ausatmen, Katzenbucke, Lendenwirbelsäule. Wir beginnen nach oben hinauf. Dann das Kind zur Brust und einatmen, Kuhrücken. Und wieder ausatmen, Katzenbucke. Einatmen, Pferde rücken. Ausatmen, Katzenbucke. Einatmen, Pferde rücken. Ausatmen, Katzenbucke. Ausatmen, Katzenbucke. Einatmen, Pferde rücken. Ausatmen, Katzenbucke. Ausatmen, Katzenbucke. Ausatmen, Katzenbucke. Dann kommen wir langsam wieder in eine neutralen Position. Okay. Und zwar bringen wir die Hände etwas weiter nach vorne, vor die Schulter. Lassen einmal die großen Zehnen aneinander kommen. Und kommen mal in die Kindposition. Wir lassen einmal ab. Die Stirn hinunter, der Rücken wird sehr lange. Du kannst die Arme und einfach die Unterarme am Boden lassen. Die Hände bleiben am Boden, die Stirn am Boden. Und wir atmen einen Moment durch. Lassen die Wirbelsäule lang werden. Entlastet die Wirbelsäule ganz wunderbar. Also immer auch nach einem Tag, wo du sagst, hm, mein Rücken sollte mal irgendwie entspannt werden. Geh einfach in die Kindposition hinein. Werden nochmal ein. Und nochmal aus. Mit dem Einatmen hebe mal den Kopf aus der Halssüdelsäule. Ausatmen. Komme genau nach oben. Und wir bleiben nochmal einen Moment hier. Wir finden nun Atmung und Bewegung. Bleiben mit den Händen weiter vorne. Also vor der Schulter. Wir atmen dann aus und gehen in einen Katzenbucke. Atmen ein. Leg nach vorne. Werden Rücken. Und ausatmen in die Kindposition zurück. Einatmen. Wieder nach oben. Auf. Pferde rücken. Ausatmen. Ausatmen. Katzenbucke. Wir werden rund. Einatmen. Pferde rücken. Ausatmen. Kind. Wieder absenken. Po nach hinten und unten. Der Po muss übrigens nicht zu den Fersen. Einatmen. nach oben auf. Direkt in den Pferde rücken übergehen. Ausatmen. In einen Katzenbucke. Nabel nach innen ziehen. Einatmen. Pferde rücken. Und ausatmen. Wieder ins Kind. Nach hinten. Und rund werden. Lange Wirbelsäule. Einatmen. Nach oben. Auf. Pferde rücken. Ausatmen. Katzenbucke. Einatmen. Pferde rücken. Ausatmen. Nach hinten und unten. Ausatmen. Einatmen. Wieder nach oben auf. Wir bleiben in der neutralen Position. Gut. Wo es meine Yoga-Brille immer aussitzt. Und zwar haben wir die Hände wieder stabil. Wieder etwas vor der Schulter. Wir gehen ein Stück weiter. Und zwar bauen wir den nach unten. Schauen wir den Mund noch ein. Vielleicht fragst du dich was das denn ist. Wir werden gleich sehen. Wir atmen. Einbringen. Pferde rücken. Die Brust nach vorne. Rücken nach unten durchgeschreckt. Ausatmen. Kannst du nur können. Einatmen. Pferde rücken. Beim Ausatmen stüppe ich die Zehen hinten um. Schiebe den Po nach oben hinaus. Gebe die Knie ab. Und wieder nach unten. Einatmen. 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 Und die Knie dürfen die Beute bleiben. Die Wirbelsäule ist lang. Bleibe. Nochmal hier. Einatmen. Und nochmal rausatmen. Einatmen. Beim Einatmen. Komme wieder nach unten mit den Knie an den Boden. Gehe über in deinen Pferde rücken. Einatmen. Ausatmen. In einen Katzenbrücken. Runde Rücken. Mit Namen nach hinten. Einatmen. Pferde rücken. Einatmen. Ausatmen. In die Kickposition. Wir lassen einmal nach hinten und unten ab. Einatmen. Nach oben. Aus. Pferde rücken. Einatmen. Ausatmen. Katzenbrücken. Einatmen. Pferde rücken. Ausatmen. Nach unten schau. Höhen. Zehenspitzen umstücken. Knie erblieben. Po nach oben bringen. Knie leicht gebeugt halten. Gerne. Wir bleiben in der Wirbelsäule. Wenn der nächste Einatmen kommt, gehen wir wieder nach unten. Einatmen. Einatmen. Pferde rücken. Ausatmen. Katzenbrücken. Einatmen. Pferde. Ausatmen. In die Kinnposition. Einatmen. Nach oben. Pferde rücken. Ausatmen. Katzenbrücken. Einatmen. Pferde rücken. Ausatmen. Katzenbrücken. Nach unten schauen wir uns. Und würden raus. Einatmen. Rücken. Rücken. Pferde. Ausatmen. Katzenbrücken. Einatmen, Pferde Ausatmen, Kind Einatmen, nach oben, Pferde Ausatmen, Katze Einatmen, Pferde Ausatmen, nach unten, schau nach Hund, oben, hinaus Noch einmal, einatmen, nach unten, Pferde Ausatmen, Katze Einatmen, Pferde Ausatmen, Kind Einatmen, Pferde Ausatmen, Katze Einatmen, Pferde Ausatmen, nach unten, schau nach Hund Und dann löse langsam auf, komme auf die Knie Und perfekt Dankeschön fürs Weitmachen Du hast gerade eben deinen ersten Yoga Flow gemacht Du hast Atmung und Bewegung verbunden Du hast deinen Körper in eine fließende Bewegung gebracht Und ab wenn es etwas dauert, bis du da reinkommst Wiederholen, 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 wiederholen Und das wird dir immer leichter fallen Ich frage mich, dass du dabei bist, dass du heute an Tag 2 mitgemacht hast Wir sehen uns morgen zu Tag 3, wieder ein Stück weiter Und wenn du, ja, weitermachen möchtest im Yoga Flow Dann geh doch einfach heute mal auf meine Website www.fit-pferde Dort findest du direkt oben auf der ersten Seite Auf der Startseite Einen Download von Yoga Übungen für zu Hause Eine Übersicht, die du dir einfach ausdrucken kannst Eine A4-Seite Und natürlich ein bisschen Anleitung dazu Dazu habe ich auch ein Audio gemacht Zum Anhören Du siehst mich nicht, aber du siehst die Asanas, die Yoga-Körper-Übungen Und ich leise dich per Ton an, wie du von einer Übung zur anderen kommst Ich freue mich, dass es vorbei ist und wünsche dir einen schönen Abend Bis morgen!